Staunen, schmecken und verwöhnen lassen. Die Karlsruher Messe und Kongress GmbH stellt ihren neuen Catering Service Gauls vor. Seit dem 1. August ist die Nummer 1 aus Rheinland-Pfalz für die Bewertung auf Messen, Events und Kongressen zuständig und sorgt für kulinarische Köstlichkeiten. Die Firma Gaul steht für ein mittelständisches, nach guten Strukturen gewachsenes, als Personeninhaber geführtes Unternehmen. Das heißt, wir begegnen uns hier auf Augenhöhe. Es ist ein sehr gutes Teamverhältnis und es macht einfach Spaß, mit dieser Firma zusammenzuarbeiten, weil man merkt, hier ist eine gewisse Leidenschaft für das Handwerk und ein großes Verständnis für den Kunden vorhanden. Eine Zusammenarbeit, die mit besonderer Freude beglückt, so wird es weiter. Zuverlässige Qualität auf höchstem Niveau. Das Catering-Unternehmen ist seit 20 Jahren auf dem Markt und glänzt somit durch Erfahrungen. Ich glaube, wir geben uns ziemlich viel Mühe. Wir sind seit 20 Jahren auf dem Markt. Wir haben in diesen 20 Jahren in verschiedensten Varianten gute Erfahrungen gesammelt. Wir haben versucht, in diesen 20 Jahren auf Menschen zu bauen, die große Erfahrungen aus der Top-Gastronomie oder aus der gehobenen Gastronomie mitbringen und das eben adaptieren können von der Top-Veranstaltung bis zur Bratwurst. Ob Gala oder Konzert, je nach Veranstaltung bietet Gauls Catering ein kompetentes und flexibles Angebot. Der gehobene Stil spiegelt sich in Service, Dienstleistung und Equipment wieder. Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir den Vertrag zum 1.8. unterschrieben haben, hier neuer Catering-Partner der KMK sind und stellen uns der großen Herausforderung, die uns hier erwartet, die wir seit einem Monat begonnen haben und freuen uns auf die kommenden Jahre. Mit einem der leistungsstärksten Caterer Deutschlands hat die KMK eine exzellente Wahl getroffen. Überzeugen Sie sich selbst!